so wir starten mit den amerikanern leute habe ich entschieden willkommen zurück so die schlacht auf sezil läuft nicht gut für uns genau jeden tag werden wir weiter zurück angesichts der unerschöpflichen gegnern verstärkung die nachschwimmen sieht es nicht so aus als ob ein ende es nehmen würde das oberkommando ist zu keinem entschluss gekommen ob es sich für uns lohnt sezil zu halten deswegen müssen wir uns hier zeit verschaffen damit wir entweder verstärkung schicken oder ein evakuierungsverländer stellen können ihr auftrag lautet alle stellungen zu halten indem sie dafür sorgen dass die alliierten so wenig siegfälter wie möglich kontrollieren einen entscheidenden sieg können sie hier nur erlangen wenn sie einen erfolgreichen gegenangriff durchführen aber achten sie darauf dass die ihre truppen nicht über gebühr belasten die italienischen einheiten ja gut die italienischen einheiten kann ich einsetzen muss ich habe auch einiges an italienern geschützt jetzt gucken wir erstmal wo kann man was aufstellen dann würde ich sagen machen wir hier hier sind jetzt eigentlich relativ in dichten bald hier mit diesen engpass nehmen und dann hier kommen dann könnten wir mit der einheit verleistung vielleicht nachher machen wir mal gucken dann hier so eine dichte machen dann brauche ich die panzer alle dann kein weg dran vorbei so der kärscher fahrer müssen fahrern aber schnell wieder zurück jetzt sehen weil ich muss jeder ja gut aber wenn man bei den italienern da kann man hier hin lachs ja hier mit artillerie schicken wir eine mit so wir haben die lachs ein stück 2 auf jeden fall hier mit das ist ich kann die lachs das ist so die lachs das ist auch so blitz und die haben alle eine fahrzeuge da höll ich aufpassen ok aber das wo machen weil die mut geht das muss die Luftwaffe überhaupt böse jetzt auch reinhauen noch nix ja er muss auf jeden fall mit ungeschützt brauchen wir hier eigentlich nicht der jählischen Panzereinheiten ja dann holen wir und dann kommt noch hier mit ja ok was habt ihr denn noch was wir machen können weil das da nichts durchkommt quasi wie schickt man nachher hinter die liebten ja würde ich sagen nicht mehr so hier kommt hier werden dann die Panzer aufgestellt ja ab und riecht dann alle hinten dran aber das wird sich denn so spannend ok ich habe auch kann ich ja was nachziehen so jetzt muss man mal erst gucken italiener wer hat denn da jetzt ein Fahrzeug eins was keins ah die haben alle keins hier habe ich ja gesagt bleibt so hier was ist dann ist hier doch auch irgendwo was ja ja perfekt perfekt ich kann aber vielleicht so ein bisschen vielleicht nach vorne mal beordern an komm hop hop Das war's für heute. Hm. So, dann... Der kommt nachher an den weiteren Kante hier zu. Der kommt nachher an den anderen Kante hier. Redakteur! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Betrug! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich komm hier nicht über die Berge durch und ich ja übermenschlich gerade gut und dann schicken wir mal die Stuka da hoch mit dem mal ein bisschen räumen jetzt gehen wir einfach hier hin so dann warten wir ab und und Hm. Oh. 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 That's missed fight. Oh. That's missed fight. jub tut es ja weiter ja spiel ruhig weiter deine pante ein ich habe nichts dagegen was wir mal kurz machen können oh come on er hätte ich anzunehmen ob ich mit den einheit ja dass die jetzt noch getroffen hat ist ärgerlich das hätte eigentlich nicht passieren dürfen ok tut mir leid leute das mache ich nochmal das waren jetzt wirklich zwei züge wo ich echt sage nee also das hat jetzt den fass im boden ausgesetzt gar nicht wenn ich hier mit artillerie draufhämmer wie verrückt dann war ich auch die unterdrückung also das ist hier wohnen wird bei unterdrückt der frage neun unterdrückt Ich warte jetzt die Rote noch ab, weil das irgendwie tut das nicht annehmen. Ich weiß nicht warum, aber er nimmt es nicht an. Äh, Munition. Mehr Luftball ist aufgetaucht. Oh. 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 doch auch was Okay, go. Okay, das war gut. Okay, go. 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 Okay, go, go. Okay, go, go. Okay, go, go. Okay, go, go. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Okay, go, go. Okay, go, go, go. Okay, go, 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 go. Okay, go, 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 go. Okay, go, 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 go. Okay, go, 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 go. Hey, go, 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 go. Oh, es ist diese Mission da instabil? Oder, die macht erst gerade gar keinen Spass. Weil, die ist total instabil, die Mission. Die macht nur Probleme gerade. Aber richtig nur Probleme. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weil diese feige Ratte hier nicht richtig angegriffen hat Hier ist eine größere Gefahr Machen wir das So, dann als nächstes Hier drauf Wow, angrifflos 3, sehr geil Das ist für die Arturie auch richtig gut Ich würde sagen, ich stehe wieder ein Weil die Arturie in der nächsten Runde hier raus Das würde gehen Nicht irgendein Jäger hier hin Hier, das bringt gar nichts Ich werde die nicht Ich gehe einfach hier hin, das soll einfach blocken Hier Hier Hier, das passt auch Ja, die Arturie da, die Die rücken mich nicht Ich kann auch nicht Ich komme es in einem Zug auch hier rein Das ist Ja, er muss weg Und er in der nächsten Runde Hier Da sage ich einfach scheiße Weil das ist einfach, mit den Truppen ist es einfach nicht möglich hier Ich werde keinen Sieg mitmachen Das ist jetzt der Tiere Hier Ich werde das Mal gucken, was rauskommt Da direkt noch mal reingeht, ist halt echt zum brechen ne. Da kommen wir aber auch mit Nix dahin, so mit ihm hier. Warum hat der jetzt ne Verschanzung von 3? Es ist doch wirklich Käse hoch 10, mal ganz ehrlich. Verschanzung von 3, also ist ja ein Witz. Ist ja echt ne Lachnummer. Wirklich ne Lachnummer. Hä? Okay. Hey. 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 Hey! Ja, dass der da steht, ist gefährlich. Ich denke, das ist gut, dass die, ja. Bei Infantriereinheiten, das ist halt auch eine Karte prickelnd, ähm, die sind die. Na komm, hol die Ok, wir hauen ab Da bin ich leider beschissen worden, weil Verschanzung 3 ist gerade erst da reingegangen Geht gar nicht Bitte Ja, das ist jetzt echt eine Frechheit Der ist einfach durch das ganze Ding hier durch Und macht mir So Leute, ich habe ausgehend jetzt doch noch den entscheidenden Sieg versucht zu holen Ich habe ihn auch gekriegt Wenn mit einem Zug dann jetzt doch hier reingekommen ist, ist es halt einfach ein scheiß Würfelglück, ob du da jetzt reinkommst oder nicht Und es hat dann beim ersten Mal auch geklappt, sehr überraschend Und somit muss man nicht die Luftwaffe einsetzen, wir haben jetzt nur hier einen Dämpfer kurz bekommen, aber alles andere hat wunderbar und ohne Probleme funktioniert Ja, alles kannst du hier nicht erobern, das ist Fakt ist, man ja, geht nicht, aber wir haben es, okay Ich bin wohl, dass die Mission da jetzt rum ist, weil die ist sehr instabil beim Briefing abgestürzt und jetzt hier bei den Zügen, ich muss den ganzen Scheiß irgendwie da zusammenschneiden, weil ich würde das schon alles in einem Pfad haben So, das war eine beeindruckende Verteidigungsleistung, der General Der alliierte Vorschuss in Sizilien wurde Entschiedend verzögert, aber letztendlich haben wir durch ihren Erfolg hier nur etwas Zeit gewonnen Angebracht der erdrückenden Luftwiese, Überlegenheit des Gegners, haben wir keine andere Wahl, als unsere Verteidigungsleistung von Sizilien abzuziehen So, ordnen Sie Ihre Männer zurück nach Messina, General Wir werden später noch Gelegenheit haben, dies hier den Alliierten heimzuzahlen Okay Leute, das war es von dem Part, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann und ciao